Hey, what's up guys? Wir spielen wieder Hamster Chaos. Wir beginnen als Zweiter. Unser Gegner macht was. Geschwiz. Soul Ogre. Space. Magic Cylinder! So good! Uh, I don't know, what's going on? Naturus. And then... And what's going on there? You can discard one Greek Sheet who target one face-up monster your opponent controls. Sad Hamster. Okay, wir wollen Raiko vom Deck offsetten. Come on bro, set cards. Yeah, set cards! That's what I'm talking about. So. Sack for Kajus. So, und gleich gucke ich erstmal, weil ich da gemillt hab. Wir haben... Shit, ein Hamster gemillt. Na egal. Wir sind derzeit in einem relativ guten Spot hier gerade. Okay, und er meint, dass er keine Chance dagegen hat. Und das war im Prinzip das Play, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir... Wir... Mit diesem Deck... Also... Das... Was... Zumindest was ich mit dem Deck am meisten erreichen möchte. Welches Play? Sad Hamster. Äh... Gegner greift an. Sad Raiko. End turn. Äh... Flip Raiko. Zerstör eine. Mill 3. And Sack for Kajus. Das einzige, was diesem Deck fehlt, ist halt der zweite Sorcerer. Sonst wird's meiner Meinung nach ein bisschen besser laufen. Weil auf die Bandinfekte kommt's halt in diesem Deck an. Ist... Da es logischerweise ein Chaos Deck ist. Ähm... Ja. Vielleicht wird sich das ja noch in 3 Monaten ändern. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Das war Hamster Chaos für heute. Bis dann und ciao.